Ja, ich werde mich mit noch hier auf dem Volkswerk. Sturm, wie ein Orkorn hier. Aber die Jungs sind wieder auf dem Platz, wo wir das sehen. Alle Mann, kleine Tore. Und jetzt geht das hin und her hier. So ist das. Da kann sich keiner verstecken. So will der Trainer das sehen. Kleine Bilder hier. Zum Auftakt mit einem kleinen Ding mit alle Mann hier sauber. Das sieht doch gut aus. So ist das. Alle schön am Ball. Alle schönen Einsatz. Alle müssen laufen da. Da kann sich keiner verstecken. Oder geht zur Toilette. Hier ist alles vorbei. Hier geht das richtig rund. Wir müssen Regensburg verkauen. Hier irgendwie schaffen. Das ist natürlich nicht so gut, wenn wir das Ding da haben. Aber Regensburg. Wenn sie auch mal so gut versuchen, würde die Wind. Ja, hier ist was los hier, Peter. Muss ich richtig fürs halten hier am Zaun. So ist er. So hier. Klasse gemacht. Alles wunderbar. Alle wieder in Schuss. Und nach dem Sieg schmeckt das Trinig auch viel besser. Das wissen wir ja auch. So ist er. Wo ist er? Ach, Tims sieht er da hinten wieder. Tim war's wieder. Tim war's wieder. Ja, Tim war's wieder den General. Ich hol ihn mal ran hier. Hier ist er. Aber er hat noch keine verschreckenden Arme. Dann ist er noch richtig schön zufrieden. So Jungs, ich mache jetzt noch Schluss. Nachher kommt noch ein bisschen mehr. Alles klar. Mensch ist das kalt und windig hier. Richtig Hamburger Wetter. Alles klar. Hau rein ins Tango. Tschüssi. Nur der HSV.